So, das Holz muss ich mir alles drinnen holen. Weil das können wir nämlich gebrauchen für... Fühle durch, mit so einem Holz. So. man und dann da oben weiter und hier auch noch doch das auch noch und die wand noch dann haben wir schon fast die außenwände fertig und ich muss die trinkt man nicht anbringen sagt dann ist das auch wieder zu hier auch noch mal zu jetzt haben wir hier ringsherum alles leere macht man hier wieder unendlich Partie mal ein kleines guckloch und wieder zu und wieder zu Fak alter klipper alter scheiße na so da die man da noch fertig ich nehme das eine die gruppe mal hier oben mal schnell alles im spiel kauf vielleicht doch nicht Sicherheit Mann Jetzt mal wieder alles zu Perfekt die Maus steht Jetzt gucken wir gerade mal hier noch Und hier wieder alles hoch Den Sand weg Nein Mein Sand Mein Sand Mein Sand Ah Krüferfüße Ach Fuck Ich habe kein Punkt Dass der mir jetzt mein Haus einreist So aber die Mauer steht schon So Aber die Mauer steht schon Läuft Dann wende ich mal die Folge Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao